Ja hallo liebe Freunde von Schulhoffprogrammieren, herzlich willkommen am Sonntagmorgen. Ja, ihr seht schon, ich bin heute noch etwas müde, deshalb wollte ich euch trotzdem hier eine Lösung hier präsentieren. Es ging wieder darum, Schulhoffprogrammieren hatte eine neue Prüfung und die wollen wir natürlich uns angucken. Die Lösung von der ganzen Geschichte bleibt auf jeden Fall dran, der Vorhang geht auf und wir schauen uns die Sache hier etwas näher hier an. So, jetzt gehe ich mal kurz hier in meinen Bildschirm hier rein und gucken uns meine Lösung an, beziehungsweise also wie war denn jetzt die Aufgabe? So, wo solltest du also eine Lösung programmieren für den Bereich Fußball, Leute? Und ja, was war jetzt letztendlich das Problem? Geht hier los. Ich lese mal vor, Lars spielt gerne Fußball und ist Jugendtrainer einer kleinen Fußballmannschaft. Er möchte ein System programmieren, das interaktiv ist, ja, das heißt, ja, die Fußball-Sachen werden ja immer so nah in Tabellen und so weiter natürlich wie üblich angegeben, aber es soll eben interaktiv sein. Das heißt, der User soll also, ja, zum Beispiel auf die Webseite gehen oder der Trainer soll die Möglichkeit haben, die Sachen, die Elemente zu verschieben. Ja, das heißt, du kannst nicht einfach hergehen und sagen, ja, fünf Minuten die Tabelle aufbauen und dann bist du fertig, ja. Das war nicht gefragt, deshalb interaktiv, das heißt, JavaScript ist auf jeden Fall im Start, wenn du hier was machen willst. So, also er möchte ein System programmieren, das interaktiv ist und wo er die Position eines Spielers genau eintragen kann. So, das muss man erstmal natürlich wissen, keine Ahnung, ich bin im Fußball nicht sehr versiert, muss ich zugeben, aber wenn ich irgendwie was Falsches sage, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, da er viele Mannschaften trainiert, ist es sehr aufwendig, jedes Mal eine neue Tabelle zu machen. Das heißt, er hat jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, zehn Jugendmannschaften, jeden Tag trainiert er eine andere, ja, und er will jetzt dann immer so kleine Turniere machen, ja. Man muss ja jedes Mal irgendwie die ganzen Namen umstellen oder wer jetzt wo steht, ja, geht das nicht alles ein bisschen schneller, ja. Das wollen wir hier mal ein bisschen dynamisieren oder du solltest das machen, nicht ich, aber ich präsentiere euch hier nur eine Lösung, die ich mir überlegt habe, wie man es machen könnte, ja. Ja, so, also, da er viele Mannschaften trainiert, ist es sehr aufwendig, jedes Mal eine neue Tabelle zu machen und die Spiele und Positionen für sich zu planen. Wie könnte man den Prozess automatisieren? Das heißt, sollst du also ein Programm schreiben, ähm, code-technisch, ja, wie könnte man das lösen? So, wie heißen jetzt diese Positionen, ja, jetzt hat ja jeder Fußballspiel, hat ja eine bestimmte Position, ich habe hier mal gelöstet, ich hoffe, das ist richtig, wenn nicht, schreibt es mir gar nicht in die Kommentare, Topic 1, Außenstürmer links, Außenstürmer rechts, Zentralerstürmer 10er, Achter, Sechser, Außenverteidiger links, Außenverteidiger rechts, Innenverteidiger links, Innenverteidiger rechts, Torhüter, ja, genau. Ja, also, dann haben wir die F beisammen insgesamt, das solltest du also machen und, ja, wie könnte man die dynamisch einplanen, das heißt, innerhalb von Sekunden kann der Trainer die Sachen umstellen, ohne das jedes Mal lästig einzutippsen, ja, wie kann man sowas hier programmieren? Das war hier die Aufgabe, die Sonntagmorgenaufgabe, sag ich jetzt mal, ja, wenn ihr noch so müde seid wie ich, dann, ja. Ich präsentiere euch jetzt mal meine Lösung, wie ich es machen würde, schauen uns kurz den Code an, ja, wie man sowas machen konnte. Ich habe es natürlich wieder aufgebaut hier in Visual Studio Code und es wird spannend, wir schauen es uns an, ich klicke hier also auf meine Lösung, so, würde ich die Sache hier lösen. Also, wir gehen hier mal nochmal zunächst hier rein, ich habe hier für euch auch ein kleines Bild, hier eine Grafik hier gemacht, ja. Hier sieht der also nochmal die Übersicht, ne, du solltest der hier die Möglichkeit hier dem Trainer geben, dass er die Spieler in Sekundenschnelle umstellen kann. So, jetzt haben wir hier den zentralen Stürmer hier und ich habe das alles so schön mit Smileys hier gemacht, damit ihr das schön sehen könnt, ja. Und dann habe ich hier die Außenstürmer, hier links und rechts und dann habe ich hier 10er, 8er, 6er, ja, Außenstürmer, Außenstürmer und die beiden Außenverteidiger und die beiden Innenverteidiger und hier der Torhüter, ja. Das sind also die Fußballpositionen und die solltest du natürlich im Code, ja, sollte man die innerhalb von Sekunden natürlich wechseln können, auswechseln können und wie auch immer, ja. Es müsste der Trainer ja hergehen und jedes Mal dieses ganze Ding neu schreiben, ja, das ist ein Aufwand ohne Ende und wer hat dazu schon Lust, ja. Ja, so, also, das sind halt hier also die Positionen, das war gefragt, so. Und jetzt habe ich mir überlegt, ja, wie kann man das jetzt am besten hier lösen, ja, es soll auf der einen Seite interaktiv sein, du hast, ja, bei den normalen Tabellen hast du halt nichts Interaktives, ne, da steht halt dann drin, ja, gewonnen, verloren, bla bla, ja. Ja, und hier, ähm, interaktiver heißt, du brauchst JavaScript, ja, also das Dings habe ich mit der Mark-Absprache HTML gemacht, das ist praktisch für die Struktur des Ganzen, ja, habe ich den Code aufgebaut und mit dem CSS habe ich es gestylt, ja. Ja, das ist also die Style-Shift-Sprache und mit JavaScript habe ich die Funktionen geschrieben, ja, das heißt, ähm, schauen wir uns mal an, nehmen wir mal an, du hast jetzt hier, ja, willst jetzt hier mal kurz den Spieler 5 hier einplanen, ja, dann kannst du hier reingehen, ja, jetzt hier zum Beispiel Mannschaftsausstellen, Kreisliga, ja, dann gehe ich einfach her und ziehe die Teile hier rüber, zack. Spieler 7, ja, Spieler 9, ja, so habe ich innerhalb von Sekunden eine Aufstellung, ja, und kann diese Aufstellung auch grafisch darstellen, kommen wir gleich dazu, ja, das heißt, ähm, du hast es jetzt hier so drauf, ja, und du kannst die Spieler natürlich jetzt auch umändern, kannst sie natürlich namentlich benennen, gehst also in den Code hier rein, ja, und gehst eben, ähm, ja, hier runter, ja, hier habe ich also die die 11 Spieler, also 10 und der Torwart halt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will das Spieler 2, ja, wo ist ein Spieler 2, schauen wir uns nochmal an, den will ich jetzt benennen, namentlich, ja, der hätte ich jetzt hier, ja, gehst hier rein, einfach in den Code, so, und schreibe hier statt Spieler 2, schreibe ich Frank Mustermann, ja, und der wäre jetzt zum Beispiel Außenverteidiger, oder wie auch immer, ja, Außenverteidiger, Verteidiger, wie auch immer, ich kotze mal ab, so, ja, und jetzt gucken wir mal, wo das jetzt hier angezeigt wird, zack, und, du siehst, du hättest den hier, ja, ziehst den einfach hier so rein, an die Position, die du haben warst, und schon hast du es, ja, cool ist auch, du hast natürlich alle, jetzt hat der Trainer verschiedene Mannschaften, ja, und er sagt, ja, ich bin teilweise, oder, ja, zum Beispiel an verschiedenen Orten, Orten, ja, in der Nachbarschaft ist er vielleicht auch Trainer irgendwie, ja, und, ähm, dann könnte er jetzt hergehen, ja, und die Mannschaftsaufstellung Kreisliga hier, schreibt er, kann er das natürlich auch verändern, ja, kann man das hier jetzt machen, ja, er könnte jetzt natürlich hergehen, ja, und hier das natürlich auch ändern, ja, hier steht jetzt zum Beispiel, also Mannschaftsaufstellung Kreisliga habe ich hier eingetragen, ja, also geht er her, ja, und trägt von mir aus, keine Ahnung, ich kenne mich im Fußball nicht ganz so gut aus, Jugendmannschaft zum Beispiel, könnte er jetzt schreiben, ja, so, also schreibt er hier, Jugendmannschaft, ja, zack, könnt ihr natürlich den Ort jetzt noch schreiben, ja, schreibt von mir aus München, München, oder sonst was auch immer, ja, so, und wo würde das jetzt hier angezeigt werden, ja, dann hättest du das hier, ja, und er könnte die Spieler kurz benennen, zieht sie rüber, zack, und hat die ganze Geschichte, ja, so, jetzt hat er die ganze Sache natürlich hier drauf, ja, wie könnte er jetzt die Sachen weiter bearbeiten, oder seine Webseite, oder so, nutzen, ja, er könnte hergehen und hier ein einfaches Screenshot ziehen, ja, könnte hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier meinen ganzen Spieler, ja, zieht sie einfach hier so rüber, kannst auch die einzelnen, also die Ersatzspieler, ja, habe ich hier auch noch eingetragen, drei Stück, ich habe nur gelesen im Internet, dass man, glaube ich, bis zu sieben aufstellen kann, aber nach drei habe ich dann aufgehört, ja, jetzt halt hier den Torwart und so weiter, ja, jetzt siehst du das Ding, und so kannst du ruckzuck hier alle möglichen Mannschaften hier eintragen, so, jetzt hast du das natürlich nur in Visual Studio Code, ja, hier hast du natürlich das Problem, wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke und wieder rausgehe aus dem Programm ist natürlich alles weg, ja, das heißt, du hast nur eine Sekundenaufnahme, was heißt das jetzt genau, ich kann jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich, das halte ich jetzt mal fest, diese ganze Sache, ja, also, ähm, wenn du gehst, der halt einfach dein Handy hier drauf, ja, und dann hast du es auch schon, äh, du machst es einfach ein Bild von dem Ding, oder du gehst, zeige ich dir gerade mal, es gibt auf der Tastatur, ja, da steht hier drucken, ja, so, ich mach das jetzt mal kurz, steht hier drucken, ja, gehe ich jetzt auf drucken, zack, und ziehe mir hier einfach so ein kleines Screenshot rüber, ja, über die ganze Mannschaft, zack, ja, und jetzt gehe ich her und öffne kurz Paint, gehe auf STRG-V und schon könnte ich das Ganze weiterverarbeiten, ja, zum Beispiel als Bild, oder du kannst hier oben nur einen Text hier reinschreiben, ja, schreibst du hier einen Text, ja, meine Mannschaft, ja, meine Mannschaft, sieht natürlich jetzt alles nicht schön aus, kannst du natürlich noch schön machen, wie auch immer, ja, oder du kannst hier alles Mögliche hier, ne, so jetzt zum Beispiel, ja, oder was auch immer du für Dingst, das hier oben so kleine Effekte, ja, du kannst eigentlich alles Mögliche machen, kannst das Ganze natürlich auch einen Powerpoint hier reinschmeißen, ja, und dann, äh, designtechnisch anpassen, das geht natürlich, äh, kann man natürlich auch machen, ja, also hast du alle Möglichkeiten, deine Mannschaft hier grafisch darzustellen, ja, und wie groß ist dein Aufwand, du hast gesehen, ein, zwei Minuten, ja, sobald du die Sachen praktisch im Code hier eingetragen hast, ja, klickst du auf den Live-Server, den Live-Server, also, wie kriegst du das ganze System, ja, du gehst her und lässt dir wischen Studio-Code runter, ja, ist klar, wenn du sowas noch nie gemacht hast, so, Studio-Code ist kostenlos, so, und, ähm, kannst dir das Ding dann angucken, praktisch, über den Live-Server, der ist hier unten, steht Port 55.0.0, dann gehst du also hier rein, wenn du, ähm, ähm, Visual Studio-Code runtergeladen hast, ist der noch nicht drauf, der Live-Server, das heißt, du musst den draufspielen, du gehst hier links auf die Extensions und schmeißt hier oben, sagst du, okay, den will ich unbedingt haben, ja, brauchst du auch, weil sonst siehst du ja nicht, was du für Spiele eingeblendet hast, ja, dann gehst du ja hier auf den Live-Server, ja, ja, und dann nimmst du den, wie immer, den von Ritchie Gdeich, steht hier auch, und dann steht hier, auf der rechten Seite, steht hier Install, da klickst du auf Installieren, dauert so eine Minute oder so, ja, und schon hast du den drauf, das heißt, du kannst auf die Ausgabe klicken und dir das Ding hier angucken, ja, beziehungsweise, ja, ich habe mal Schaden, vielleicht lade ich es auf GitHub hoch, dann könnt ihr den Code runterziehen, wenn das eine interessante Sache für euch ist, oder ihr habt, ja, immer wieder Leute einzuplanen, oder ihr findet diese grafische Geschichte cool, ja, theoretisch könnte man auch hergehen und, ähm, du könntest jetzt auch die Spieler hier zum Beispiel einblenden, wie macht man das, gehst wieder auf Drucken, ja, und, jetzt hast du wieder hier, ziehe ich mir das Spielfeld hier rein, ja, gehe auf Paint, so, und schmeiße das hier rein, das Bild, so, und, jetzt gehe ich noch mal zurück, so, und jetzt hätte ich meine Mannschaft hier, meine Jugendmannschaft, ne, schmeiße ich die Teile hier so rein, bla bla, ja, und dem Frank Mustermann, so, und, jetzt gehe ich halt noch mal auf Drucken, so, zack, wie gesagt, du kannst es auch, jetzt mit deinem Handy drauf, und dann hast du auch die Spieler, so, also, jetzt, also, und gehst jetzt auf STRG-V über Einfügen, hast du dir daneben hier einfach die Sachen hier rein, ja, du kannst es jetzt zum Beispiel hier oben oder so einblenden, wie auch immer, ja, du kannst es ja so ziehen, wie du es haben willst, ja, das ist natürlich von enormen Vorteilen, ja, so kannst du Daten eben auch sehr schnell visuell darstellen, ja, du konntest jetzt hier oben zum Beispiel die Spiele einblenden, und hier unten, dann haust du kurz dein Ergebnis rein, und so weiter, ja, und es macht natürlich auch Spaß, die Sachen so ein bisschen grafisch darzustellen, ja, es geht mit einem einfachen Paint-Programm, oder du hast vielleicht ein besseres Programm, für mich reicht das, also, ich mache viel, ähm, am Anfang war ich ein bisschen am suchen, in diesem Paint, ja, ja, bestimmt Photoshop, oder was auch immer, ja, du kannst jetzt hier die Größe einstellen, und gehst einfach auf den Zeichenbereich, nee, auf, ja, ich glaube auf Zeichenbereich, hier gehst du dann rein, und kannst auch die Größe einstellen, ja, dann kannst du zum Beispiel, ja, also zum Beispiel das YouTube Thumbnail, ja, da hättest du, du gehst hier einfach raus, erst mal Seitenverhältnis sparen, ja, und gehst dann auf 1280, und jetzt so ein Thumbnail brauchst für YouTube, ähm, hast du immer 1280 auf 720 Pixel, ja, dann gehst du auf Seitenverhältnis sparen, und gehst dann auf Menü, speichern und, und hättest das jetzt zum Beispiel, ja, wie auch immer, sieht jetzt nicht schön aus, aber ich denke, es ist klar, wie du hier alles Mögliche hier machen kannst, und deine Spieler grafisch darstellen kannst, eigentlich eine coole Sache, wie ich finde, ja, ich meine, Tabellen sind sicherlich auch, ja, aber bei der Lösung hast du natürlich auch, ja, geht auch, denke ich, kommt halt drauf an, ja, auf jeden Fall schneller, wie wenn du jedes Mal alle Spieler irgendwie, keine Ahnung, wenn du immer wieder Neumannschaften aufstellen musst, ja, da hast du natürlich, ist das glaube ich schon eine schnelle Geschichte, weil welche Lösung habe ich hier, genommen, das siehst du schon, es geht um Track and Drop Technik, schreibe ich dir eigentlich mal auf, ähm, Track and Drop, ja, kannst du dir auf YouTube mal reinziehen, es gibt sehr viele, äh, Lösungen, ähm, wie man, äh, so, sowas, äh, macht, ja, äh, mit dieser Technik würde jetzt den Rahmen völlig sprengen, ja, wenn dich das interessiert, dann, zieh dir das auf YouTube, gibst du einfach in der Suche ein, Track and Drop JavaScript ein, ja, und damit kannst du jede Menge Zeug bauen, ja, das ist richtig cool, ähm, vor allem, wenn du schnell sein willst, ja, und keinen Bock hast, jedes Mal, was weiß ich, irgendwelche Tabellen, ja, aufzubauen, oder so, also ich finde das mit dieser Screenshot Technik schon ziemlich cool, ja, wenn dir das Bild jetzt nicht gefällt, ja, du hast sicherlich, du hast ja eigene Bilder, ja, dann hast du auch gesehen, du kannst dann Bild in Bild machen, du kannst alles Mögliche machen, ja, ähm, und hast du halt, ja, eine Minute, hast du die ganzen Mannschaften immer umgestellt, ja, oder manchmal weiß man ja vielleicht auch nicht, ja, mit welchem Spiel das, wer soll jetzt eigentlich wo spielen, ja, oder, wer ist, wer landet auf der Ersatzbank, keine Ahnung, ja, kannst du hier so ein bisschen in Sekunden schnallen, hier ziehst du einfach rüber, ach so, eins habe ich noch vergessen zu sagen, ähm, programmiertechnisch sieht die Sache so aus, also, ich hätte jetzt hier zum Beispiel, sonst plane ich hier die Leute, ja, du weißt jetzt, wie man jetzt die Namen hier einträgt, ja, hatte ich dir gezeigt, genau, und, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, ich will jetzt den Spieler 4 nicht haben, also, irgendwie in Gründen, wie kriege ich den jetzt hier wieder, ähm, weg, dann klickst du zweimal hier rein, ja, hast du also auch im Code so gemacht, ich klicke jetzt hier, schaut mal, wenn ich jetzt auf Spieler 4 klicke, zweimal schnell draufklicken, und weg ist er, also, geht das, und ich kann die Teller, natürlich hier, ja, es geht mit dem Verschieben, also, es ist halt ein bisschen gucken, das ist hier, ich wollte es eigentlich noch so machen, ähm, dass es hier beschränkt ist, ja, auf elf Leute, aber, das ist auch ein Problem, weil ich weiß ja nicht, wie viele Ersatzspieler du zum Beispiel einträgst, deshalb ist das auch schwierig, theoretisch müsstest du ja jedes Mal so ein bisschen runterzählen, das ist auch ein bisschen mühsam, also man konnte schon code-technisch noch einiges machen, aber, ähm, ja, man darf den Aufwand auch nicht unterschätzen, sowas zu machen, ist schon aufwendig, das machst du nicht in einer halben Stunde, oder wenn du es in einer halben Stunde hinkriegst, bist du gut, also, ähm, ja, also, das wäre so meine Lösung zu dem Ganzen hier, ähm, wie man es, äh, machen könnte, also, es gibt ja immer sonntags, also, es gibt so Programmierprüfung, gehst auf die Seite, Schulhochprogrammierung, ja, und, ähm, kannst dann praktisch, ähm, so ein PDF runterladen auf der Seite, ja, und, dann gibt es immer wieder so kleine Codeaufgaben, sag ich jetzt mal, die du versuchen musst zu lösen, und es hilft dir einfach, selbst wenn du jetzt nicht unbedingt Zeit hast, oder Lust um Sonntag zu coden, ähm, es hilft dir einfach, ähm, ja, Projekte umzusetzen, in die Programmierung einzusteigen, ja, versuch es selber mal, ja, muss ja jetzt erstmal so die Lösung, aber, ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, habe ich es mit, ich schreibe es nochmal auf, also mit der HTML, und das ist die Markup-Sprache, und mit CSS habe ich das Ganze gestylt, ach so, das kann ich noch kurz zeigen, CSS, ähm, Styling, es kann ja sein, ja, du hast jetzt, du willst das irgendwie anders, ja, gehen wir mal nochmal rein, schauen uns, die Sachen hier an, so, jetzt hast du das hier, so aufgebaut, ich habe das Bild natürlich jetzt nur für euch rein gemacht, ja, du kannst es natürlich auch rausschmeißen, ja, dann gehst du hier, einfach in den Code hier rein, und schmeißt das Bild hier raus, wo ist das Bild, Tödem, Tödem, sich erstmal hier zumachen, so, dann ist hier, und kannst du das Bild dann einfach hier rausschmeißen, und, ja, hier ist das Bild, fängt mit Image Source, gleich Fußballbild rein, ja, könntest du das jetzt zum Beispiel auch rausschmeißen, ich habe das nur reingemacht für das Video, damit ihr seht, äh, ja, mit den, vielleicht bist du auch nicht so fußballbasiert, äh, mit den ganzen Stürmern, ja, wie die heißen, und wer jetzt wo spielt, an welcher Position, ja, könntest du ja gehen, und mache hier einfach Cut, was passiert jetzt, und jetzt hast du das Bild raus, ja, und du kannst ja immer wieder mit, ähm, Steuerung und Z, kannst es da auch wieder rein machen, ja, Steuerung und Z, so, jetzt wäre es wieder drin praktisch, ja, oder die Größe des Bildes kannst du natürlich auch, ja, ähm, hier dann, äh, letztendlich verändern, sage ich jetzt mal, so, jetzt haben wir die Situation, gucken wir an, so, dass wir hier, also haben wir vom Style her, haben wir so ein weiß, schwarz, und es sieht jetzt so aus, also ich finde, es sieht schon ganz cool aus, wenn du sagst, ja, das sieht dann nicht beschissen aus, ja, ich will das, keine Ahnung, ganz anders haben, ja, dann kannst du das natürlich machen, dann könntest du ja auch hergehen, und in Style hereingehen, ja, also, das CSS, ja, ist ja für das Styling, hier, ja, also gehe ich hier rein, in Style, ja, und, könnte hier eben alles mögliche, in den Background Color, gehe ich hier rein, und das jetzt hier, ähm, gucken wir mal, was jetzt passiert, ja, dann hättest du das jetzt so, zum Beispiel, ja, jetzt, du sagst, hier kannst du also, den Background Color, über Background Color, kannst du die ganze Seite, hier, äh, anders, einfarben, jetzt zum Beispiel, ja, sieht auch cool aus, würde ich mal sagen, ähm, genau, dass er hier also, auch noch eine Möglichkeit, hier, ähm, auf den Style, hier so ein bisschen, einzugehen, zu gucken, äh, ja, der ganze natürlich alles, du kannst auch, die, 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 hier grün machen, ja, also für Fußball, ähm, wie auch immer, jetzt kommt eben so ein bisschen, design-technisch drauf an, auf deine, wie du es machen willst, das ist ja, du konntest hergehen, das Ganze hier kleiner machen, wie gesagt, es ist jetzt nur so eine Probe, Probe-Lösung, die ich gemacht habe, um euch zu zeigen, wie Track and Drop hier funktioniert, und was du mit JavaScript alles cooles machen kannst, ja, so, und bevor ihr jetzt wegklickt, abonniert unbedingt den Kanal, macht's gut, und, ja, vielleicht bis nächsten Sonntag, bis dann, ciao, ciao, Ciao,